Ein Hauen und ein Streamen in den USA. Es sind längst nicht nur Medienunternehmen, die Streaming-Services anbieten, auch große Technologiekonzerne. Es werden immer mehr. Wer überlebt diesen Konkurrenzkampf? Besprechen wir mit Markus Landau von der DZ-Bank. Schönen guten Tag, Herr Landau. Schönen guten Tag. In den USA ist es noch viel stärker zu beobachten als in Europa. Es wird gestreamt, statt analoges TV geschaut. Wie stark wächst der Streaming-Markt und wo vor allem? Also der Streaming-Markt per se wächst in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark. Der wächst aktuell und wird auch in Zukunft sehr, sehr stark wachsen. Das zeigen auch wieder die neuen Netflix-Zahlen von gestern Abend, die Quartalszahlen. 11 Prozent nachbörsig im Plus Netflix. Ich glaube, sie hatten ein bisschen Probleme im amerikanischen Markt, aber im globalen Markt oder Überseemarkt, da sind sie sehr, sehr stark gewachsen. Deswegen auch das hohe Plus. Wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren in Amerika passiert ist. In den letzten acht Jahren sind knapp 50 Prozent der ganzen Kabel-TV-Verträge gekündigt worden. Das ist eine beachtliche Zahl. Diese Leute nennt man Cord Cutters. Und die sind in großen Stile dann zum Streaming-Markt rüber gewechselt, weil das Streaming-Markt oder das Streaming per se sehr, sehr günstig ist. Und weil natürlich die Rahmenbedingungen passen. Das bedeutet, der technologische Fortschritt ist da und die Nutzungsbedingungen oder Nutzungsverhalten haben sich angepasst. Und das begünstigt natürlich den Streaming-Markt sehr, sehr stark. Und gibt es Netflix, Amazon, jetzt kommen noch neue große Player auf den Markt. Wie unterscheiden die sich, wer kann was, wer kann was besonders exklusiv oder eben nicht? Also das ist in der Tat so. Es gibt sehr, sehr viele Player da draußen aktuell, die sich da tummeln. Und am Anfang war es ja so, fangen wir mit Netflix an. Das ist der Pionier, der jetzt vom Thron versucht zu stoßen. Und es gibt sehr, sehr viele momentan. Unter anderem gibt es Walt Disney, die jetzt gerade starten mit Disney Plus. Und Apple TV Plus kommen jetzt im November mit Streaming-Diensten raus. Und die haben eben nicht nur das Kerngeschäft wie eben Netflix, wo es um Streaming-Markt geht, sondern die haben dicke Kassen, gefüllte Kriegskassen. Und die investieren schon mal sehr, sehr viel Geld. Ich habe gerade gehört, dass Apple jetzt knapp 6 Milliarden in Fernsehproduktionen gesteckt hat. Und die werden sehr, sehr stark angreifen. Und wenn man so sieht, wie Apple drauf ist normalerweise, dann begnügen die sich nicht mit Platz 10 irgendwo, sondern die wollen nach vorne, die wollen den Markt attackieren und wollen so auch ein bisschen von dem iPhone-Exposure runterkommen. Also wollen sich da unabhängiger machen. Aber es gibt noch viele andere Namen, die wir so kennen. Amazon mit Prime, aber die haben das eben so gestaffelt, dass sie nicht nur auf den Streaming-Markt gehen, sondern dass sie das Ganze als Paket verkaufen, als Kundenbindung. Prime mit Lieferservice, aber auch mit den Videos. Dann haben wir natürlich auch noch Alphabet mit Google und YouTube, was aber nicht monetarisiert ist bislang. Man hat da 1,9 Milliarden Abonnenten oder User vielmehr drauf. Das ist eine beachtliche Nummer im Vergleich zu Netflix. Das sind 150 Millionen. Und es kommen noch viele, viele andere auf den Markt wie AT&T. Man kennt Game of Thrones, bekannte Serie. Das ist die Tochter HBO. Now, die auch an den Markt kommen. Aber wenn man einfach mal anschaut, Disney hat halt einen sehr, sehr großen Vorteil. Sie haben ein sehr, sehr großes Portfolio. Und da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf. Aber es gibt viele, viele Anbieter, die unterschiedliche Sachen können, die sich ihre Nischen suchen und versuchen, eben ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Also wir haben es schon gesagt, hauen und stechen, es geht jetzt wirklich los. Und auch Apple hat eben jetzt jahrelang sich vorbereitet, akribisch vorbereitet, Netflix zu attackieren. Es geht ja darum, immer stärker eigenen Content zu produzieren. Und dann geht es darum, wer kriegt die besten Schauspieler, die besten Autoren, exklusiven Inhalte, das schlüssigste Gesamtpaket. Das kostet auf der einen Seite, das ist auf der anderen Seite das, was aber ein Alleinstellungsmerkmal sein kann. Wer hat da im Moment die besten Überlebenschance, wenn wir sehen, Netflix hat jetzt zwar gute Quartalzahlen mit fast 7 Millionen neuen Nutzer, aber das vierte Quartal, Sie sagten es schon, da kommen Disney und Apple mit ihren neuen Diensten, die waren noch gar nicht auf dem Markt. Also das entscheidende Argument ist wirklich, Cash und Content sind King. Und das ist in der Tat schon das, über das wir sprechen müssen, besonders Cash. Und wenn man sich eben die Zahlen jetzt auch von Netflix anschaut, sind die aktuell noch defizitär. Und die haben auch nicht diese große und starke Finanzkraft, wie die anderen Player, die wir gerade genannt haben. Und es ist eben entscheidend, weil die ganzen Produktionen und die Serien und die Zeichentrickfilme, die da gezeigt werden sollen, auch alte Serien wie Friends, dass die sehr, sehr viel kosten. Streaming-Dienste müssen viel Geld in die Hand nehmen, um eben ihr Portfolio aufzubauen. Und am Ende des Tages ist es eben so, Disney hat schon viele Eigenproduktionen mit Pixar, mit Marvel, mit den Zeichentrickfilmen und hat obendrein eben noch eine starke Finanzkraft. Also sie haben hohe Cashflows, die positiv sind, im Gegensatz zu Netflix. Und das hilft. Und genauso ist es bei Apple. Und wenn man da mal die Zahlen nimmt, wie die Cashflows sind, dann ist bei Netflix minus dreieinhalb Milliarden. Und bei Disney sind es knapp zehn Milliarden plus. Und bei Apple sind es 60 Milliarden. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Und da tut es auch nicht so weh, wenn man mal sechs Milliarden nimmt aus der Portokasse als Apple und dann in Fernsehproduktionen steckt, die ja immer teurer werden. Nun sehen wir, Sie sagten schon, eine positive Marktreaktion nach den Netflix-Zahlen. Wir hatten jetzt aber auch eine lange, lange Durststrecke 2019. Da ging es vielleicht nochmal richtig runter. Die alten Hochs, das war 2018, als sie auch stark gewachsen sind, sind die Prognosen für Netflix insgesamt skeptisch? Also es ist eigentlich ganz normal und typisch, dass ein Unternehmen wie Netflix, was wirklich ein Pionier auch in der Branche war, im Streamingmarkt, erst mal hier sehr, sehr stark wachsen kann. Und in Amerika oder insgesamt in der Welt haben wir momentan 150 Millionen Abonnenten. In Amerika knapp 60 Millionen. Der Markt ist der Vorreiter, bevor man dann ins Ausland geht. Und das ist wahrscheinlich hier auch passiert. Ich erinnere mich, es war glaube ich 17, 18, als dann auch in Deutschland es möglich war, Netflix zu abonnieren. Und es ist aber auch klar, dass dann, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dass dann extreme Kursabschläge dann, oder Einbrüche kommen, wie man es hier oben auch sieht, 2018, 2019. Und wenn man dann versucht, die Produktionen, die immer teurer werden, abzufedern, weil man muss ja auch irgendwo mal Gewinne machen oder das Finanzieren, dann versucht man vielleicht an der Abonnentenschraube zu drehen, an den Kosten und nimmt vielleicht den monatlichen Beitrag ein bisschen hoch. Und was dann passiert ist, plötzlich mal 150.000 bis 200.000 Abonnenten verloren, weil sie im nächsten Monat gekündigt haben und gesagt haben, naja, ich gehe doch vielleicht zu Amazon oder woanders auch hin. Und das wird in Zukunft einfach viel schwieriger werden, weil einfach sich deutlich mehr tummeln werden im Markt. Wettbewerbbeliebtes oder konkurrenzbeliebtes Geschäft. Und das wird natürlich dann auch für Netflix schwierig werden, die jetzt so diese Alleinstellungsmerkmal hatten, auf dem Ton saßen. Und da kommen ja auch wirklich große Fische und da würde ich mir schon Gedanken machen. Und was aber entscheidend ist auch, ist, dass User auch manchmal ein bisschen träge sind. Sie haben sich an eine gewisse Software, an ein gewisses Bedienungsverhalten gewöhnt, sind eher scheu. Dennoch, wenn der Preis und das Angebot beim anderen Wettbewerber dann stimmt, dann switcht man im nächsten Monat einfach mal und probiert aus. Wie ist der Ausblick generell für den Streamingmarkt? Wo sind regional die größten Wachstumschancen der Zeit? Und was kann 5G für die Branche tun? Meinen Sie jetzt mit regional innerhalb global gesehen? Global gesehen, ja. Also die Zahlen gestern Abend haben es, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass in Amerika schon eine ordentliche Sättigung eingetreten ist mit 60 Millionen Usern. Und dass man eben schauen muss, dass man den internationalen Vertrieb da noch weiter nach vorne bringt. Das ist auch geschehen. Und deswegen waren die ausländischen Zahlen sehr, sehr gut. Und das ist auch das, meines Erachtens, warum jetzt Netflix wirklich gute Zahlen auch gebracht hat und auch die Anleger beruhigt hat. Aber die wissen eben auch ganz klar, dass da wirklich Konkurrenz in den Markt kommt. Und da muss man aufpassen, was die nächsten Monate, Jahre dort passiert. Wir haben das ja schon in anderen Branchen gesehen. Und bezogen auf die Frage, was passiert mit 5G? Also der Vorteil von 5G ist eben, dass man die Möglichkeit hat, und das ist ja der Hintergrund von Streaming, überall, überall, jederzeit sich diese Inhalte anzuschauen. Und 5G begünstigt das natürlich, weil einfach der technische Fortschritt einfach nochmal ganz anders in eine andere Ecke gedrängt wird oder gezogen wird. Und das bedeutet eben, dass es noch einfacher wird und schneller Daten zu streamen. Markus Landau, vielen Dank. Netflix hat viele neue Kunden im dritten Quartal gewinnen können. Doch jetzt kommen Walt Disney und Apple mit ihren Streaming-Services auf den Markt. Im November in den USA wird es soweit sein. Und das sind Unternehmen mit viel Kapital und im Falle von Walt Disney auch mit einer großen Videothek sozusagen in petto. Da kommen, sagt Markus Landau, vielleicht schwierigere Zeiten auf Netflix zu. Grundsätzlich ist der Streaming-Markt ein global betrachteter Wachstumsmarkt und 5G kann das Ganze noch begünstigen.